Heute entführe ich dich in den Tag 6 des ersten großen Familie der Zukunft Online Summit. Es gibt wieder einen Vorgeschmack auf die wunderbaren Sprecher, auf die wunderbaren Herzensmenschen, die wir am Tag 6 mit dabei haben. Und zwar ist das Dani Trisotto. Mit Dani Trisotto geht es unter anderem um das Thema, welche kleineren Schritte kann die Familie gehen, um den Mut und das Selbstvertrauen zu entwickeln für den Schritt in die Freiheit. Also um sich wirklich das freie Leben zu gestalten. Dann haben wir am Start für dich Mirjana und Reinhard. Bei den beiden geht es wirklich darum, ganz, ganz groß denken zu lernen und auch wie du dein Geldbewusstsein neu ausrichtest, um auch mal mehr Geld in deinem Leben zu empfangen. Und mit Lilian Runge haben wir darüber gesprochen, wie finde ich meine Wahrheit. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist meine Wahrheit? Also, falls du noch kein Ticket hast, am 20. Januar geht es offiziell los. Mit deiner Anmeldung bekommst du sofort ganz, ganz tolle Geschenke von uns auch. Kannst ja sofort downloaden. Da ist ein Kurs mit dabei. Da sind Meditationen mit dabei. Da sind drei ganz tolle Songs von meinem Mann mit dabei, der von Haus aus ja auch ein begnadeter Musiker und Sänger ist, um dir die Zeit dann auch ein bisschen zu verkürzen. Und ja, lauscht doch jetzt einfach mal, was Lilian Runge, Mirjana und Reinhardt und ja, Dani Trissotto aus ihrer Sicht dazu zu sagen haben, warum du unbedingt dabei sein solltest und dir jetzt ein Ticket sichern solltest. Guter Wider, ihr Lieben und herzlich willkommen zur Familie der Zukunft Online Summit. Es hat mir jetzt eine riesengroße Freude gemacht, mit dem lieben Markus zusammen das Interview zu machen. und hier ging es wirklich um die Heilung des inneren Menschenkindes. Das ist der Wert in uns, der sozusagen irgendwo in uns schlummert und nach außen peitschen möchte, sich zeigen möchte, lebendig sein möchte und wirklich forschen und neugierig sein möchte. Und da ist natürlich in der Nähe die Fülle, die Freude, die Freiheit, die wir uns wünschen da draußen. Und ich freue mich einfach. Ja, viel, viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns. Liebe Grüße hier aus Costa Rica. Tschüss. Also ich finde es super schön, dass wir hier dabei sein dürfen, weil ich finde, mich hat es früher immer total bereichert, wenn ich Menschen gehört habe. Ich hatte mal eine Mentorin, das war glaube ich eine der ersten Online Business Mentorinnen und die hat mich so fasziniert. Die hat immer schon damals von Millionär gesprochen, wo ich da gestanden habe und habe mir gedacht, was erzählen denn die eigentlich? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und wir wollen mit diesem, was wir hier preisgeben, einfach mal zeigen, dass das auch für Menschen geht, die sich das auch nie vorstellen konnten, die aus einem kleinen Dorf kommen und nicht aus irgendwo, aus einer riesen Stadt und da schon irgendwie was mitbekommen haben, sondern einfach wirklich so ganz normale Menschen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, glaube ich, hätten wir das früher uns gar nicht vorstellen können, dass wir auch mal da hinkommen und wirklich da Millionäre werden und uns einfach dieses Leben erschaffen, was wir uns immer gewünscht haben. Weil wir haben immer gedacht oder ich habe immer gedacht, das ist für bestimmte Menschen und die haben die Voraussetzungen und das hatten wir alles nicht und haben es trotzdem geschafft. Und das möchte ich mitgeben, das kann jeder schaffen, jeder. Absolut korrekt. Also erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein konnten und mein Motto war früher immer schon so, unterhalte ich dich mit Menschen, die das erreicht haben, wohin du willst. Und unterhalte dich nicht mit denen, die dort auch erstmal gerne hinwollten, denn die könnte keine Ratschläge geben. Also zumindest keine förderlichen Ratschläge geben. Dann ist es so, dass es nicht unbedingt immer das Studium sein muss, was dich nach vorne bringt. Was nutze ich das beste Studium, wenn du dich nicht traust, die Menschen anzusprechen? Bei mir ist es eher umgekehrt. Wenn du mit mir einkaufen gehst, bin ich zu Hause und habe fünf neue Kunden gewonnen. Ja, und das ist für mich die Erfüllung schlechthin. Vorgestern war man hier in der Mall einkaufen und dann höre ich auf einmal so Italienisch. Und dann habe ich mich umgedreht und habe den gefragt, ob er aus Italien ist. Und ja, 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 ja. Und ich sage, oh, das ist ja so eine tolle Sprache. Und dann war ich mit dem mittendrin und seine Frau hat sich gefreut und die Tochter hat sich gefreut. Und plötzlich haben wir unsere Karten ausgetauscht. Der ist aus dem Parfumgeschäft. Da lässt sich sicherlich was machen. Und schon hatte ich einen Kunden, der in mehreren Ländern Parfüme verkäuft, weil ich den der Titel kennengelernt habe. Ich konnte mir erzählen, warum. Die Sprache ist eins, aber die Mimik. Da hat sich gefreut, wie ein Elch und ich mich auch. Und alles ist gut. Und das ist das, was mir so Spaß macht. Ja, fertig. Also ich tut das. Tut es, probiert es. Nicht gleich das ganz, ganz Große, wo man die Grafe braucht mit drei langen Hälsen, sondern fangt an, aber tut es. La Dolce Vita. Also unbedingt hier anmelden und noch mehr von Mirjana und Reinhardt im Interview erfahren. Ja, ich habe gerade mit der Madeleine ein ganz tolles Interview geführt zum Thema Familie. Da kam so dieses Wort auch Heiligtumfamilie drin vor. Ich glaube, das umschreibt es ganz schön, worum es in diesem Interview auch geht. Der Familie durch bestimmte Haltungen, durch bestimmte Dinge, die wir Einzelnen alle in unsere Familie wieder einbringen können, der Familie wieder mehr Raum zu geben und mehr Wichtigkeit zu geben. Ich glaube, das hat unsere Zeit nötig, unsere aktuelle, wo so viele Dinge, Familien und so weiter auch zerbrechen und gar nicht mehr spürbar vorhanden sind, weil sie letztlich wirklich Heiligtümer sind und uns allen auch sehr viel Rückhalt und Vertrauen ins Leben und Kraft geben. Und darüber haben wir gesprochen, wie man ansetzt, wo man ansetzt und wie man das am besten macht. Und ich freue mich, weil es ein ganz wunderbares Interview geworden ist. Und ich freue mich, weil es ein ganz wunderbares Interview geht. Und ich freue mich, weil es ein ganz wunderbares Interview geht. Untertitelung des ZDF, 2020